Tränenausbruch, jetzt äußert sich Justin Bieber selbst Sofort machten Spekulationen die Runde, warum und seine Liebste so mies gelaunt gewesen waren, hatten etwa die Schwangerschaftsgerüchte in der Presse für die Tränen gesorgt? Jetzt äußerte sich zum ersten Mal selbst zu dem Vorfall und lieferte eine ziemlich einfache Erklärung. Fotografen trafen am Mittwochabend vor Appartement in New York an. Der Prinz of Pop schien zu diesem Zeitpunkt wieder richtig gut aufgelegt zu sein, fröhlich gab er Fans Autogramme und legte sogar eine kleine Tanzperformance hin. Als ihn ein Reporter des Nachrichtenportals TMZ auf den Gefühlsausbruch ansprach, erklärte ganz locker, man hat gute und man hat schlechte Tage. Es wäre nicht normal, wenn man nicht auch schlechte Tage hätte. Dabei hielt er ein Buch mit dem Titel Die Bedeutung der Ehe in der Hand. Offenbar scheinen die Vorbereitungen auf das Bündnis mit Hailey eine Achterbahnfahrt der Gefühle in dem Musiker auszulösen. Das On-Off-Bärchen hatte im Juli völlig überraschend bekannt gegeben, schon bald den Bund fürs Leben eingehen zu wollen. Bereits vor zwei Jahren waren uns schon einmal liiert gewesen, trennte sich aber nur zwölf Monate später wieder. Nun soll es für immer halten. Wann genau die beiden aber vor den Altar treten werden, ist bisher noch nicht veröffentlicht worden.